Und damit herzlich willkommen wieder bei einer neuen Runde Let's Play DC Universe Online. Ich hab in den letzten paar Tagen ein bisschen Pause gemacht. Wer quatscht denn da? Weil einfach ganz viele andere Sachen dazwischengekommen sind. Und ja, da musste ich halt ein Let's Play irgendwie ein bisschen vernachlässigen. Und das ist dann leider DC Universe Online gewesen. Naja. Ähm, aber das ist ja halb so wild alles. Dödel, 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 dödel. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt direkt weitermachen. Und es war 100% hier noch viel Zusatzfest. Könntest du etwas für die Wächter der Magie sagen? Dann können wir die Oberalte Magie vielleicht besser verstehen. Mh. Können wir natürlich machen. Alles kein Problem. Also erstmal direkt rein ins Getrümmel, so wie es aussieht. Wie viele von denen kann ich denn gleichzeitig einfach mal angreifen? So, komm, machen wir das Ganze mal so. So, wie viel habe ich denn jetzt gleichzeitig kaputt gemacht? Wie haben sie mir das angetan? Und warum? Ich kann jetzt gleich mal am besten gucken direkt. Ey, ich habe so viel auf einmal jetzt hier. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Hart. Ist einfach Blitz. Ist echt das Geilste, was es gibt, muss ich sagen. Also für mich aktuell. So, einmal so. Kettenblitz. Dann so. Und dann mache ich die Granate. So, brauchst du fast gar nichts mehr machen. So, wieder einen retten. So, erstmal hier wieder. Dann die Granate. Ach, dann mache ich auch das Gebäude mit kaputt. Also hier dieses kleine Ding. Ist ja auch geil. Erstmal den Typen hier wieder zur Besinnung bringen. Ich hatte Angst, ich würde für immer versklavt sein. Boah, es geht super fix, ey. Ich hatte hier damals richtig Probleme, ne? Als ich Feuer gespielt habe. Also Blitz ist einfach gerade echt meine Lieblingsfähigkeit. Ich habe ja diesen Helden hier, habe ich ein bisschen, ja, farblich zumindest. Ja, nicht mal farblich. Ja, nicht mal ganz farblich. Nach einem Charakter gestaltet, den ich aktuell am Zeichnen bin. Ähm... Hilf mir! Vielleicht viel sieht man da irgendwann mal mehr von. Wie haben Sie mir das angetan? Und warum? Also macht euch ein bisschen mit dem Aussehen hier vertraut, wie das Kostüm ungefähr ist. Nur der Name wird ein anderer sein. Ja, des Kostüms auch. Ganz, ja, nicht... Ja, doch schon anders, aber... Es geht in die Richtung. Ich glaube, damit man eine Idee kriegt, geht es in die Richtung. Es ist so geil. Es ist einfach so geil. Ich will definitiv mit Fähigkeiten-Benutzer bleiben. Also ich will nicht unbedingt hier nur mit Fäuste und so. Ist einfach am geilsten, wenn man hier... Boah, jetzt mit voller Power da rein. Jetzt... Tschüss, Sam! Kann ich nochmal... Bäm! Ich kann nicht atmen. So. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Schnell mal hier die Leute retten. Ich habe mir das angetan. Und warum? Tschüss, Sam! Bitte! Ich hatte Angst, ich würde fast klar sein. So. Den machen wir mal eben so. Der hält ja nicht so viel aus. Der braucht nicht so viel. Sofort sie die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Jetzt gehen wir uns auf jeden Fall das Grüne eben holen. Ich liebe die Sachen wahr. Atlantischer Textauszug. Und die Dunkelweltenkette nach Atlantis wurde durchtrennt. Die Stadt unter den Wellen begraben. Sonst noch irgendwas? Oder war es das schon? Ende der Nachricht. Oh, hier ist alles kaputt, ey. Was ist mir passiert? Atlantis-Bewohner voll am Rad gedreht, wa? Oh, hier ist auch irgendwas. Da kommen wir bestimmt gleich noch hin. Da ist auch was Grünes. Das muss ich jetzt schon haben. Oh, hör doch mal auf! Na, komm, hör auf! So, den weg. Boah, krass, ey. Der hält ja gar nicht auf. Tigerhai. Warum? Ich hab irgendwie 1000 Punkte bekommen. Atlantischer Textauszug. Blondes Haar und blaue Augen. An diesen Zeichen wirst du den Abkömmling von Kordax erkennen. Telepath-Gebieter über die Seewesen und revolutionär. Aha. Das scheint ja ein sehr, sehr interessanter Schmöker zu sein, das Buch von Atlantis-Gedingse. Klingt sowieso ein bisschen unheilverheißend. So, wo, hier ist unser Quest-Gebiet. Dann fliege ich mal da zurück. Aber erst, nachdem ich geguckt habe, was wir im Inventar gerade geschenkt bekommen haben. Wir haben noch hier irgendwo was Sammelbares gekriegt. Das könnte doch das sein. Stahlwerk, was? Stahlwerkabfall. Ach ja, wir sind ja in der Nähe der, äh, Steelworks Factory. Der, äh, der, 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 der Steelworks. Der ist eigentlich besser, ne, der Helm. Bereits gesammelt habe ich den auch. Ja, dann brauch ich den auch nicht mal anziehen. So, dann wieder auf ins... ...Gedümmeln. Boah, lass doch mal. So, und dann den hier. Na komm, noch einen. Boah, die sind echt mega nervig. So, hier rüber noch. Und dann wieder volle Shazam-Power. Kann ich noch einen? Oh, warte. Jetzt. So, Quest fast geschafft. Rückstände der Gezeitenkristalle. Da müssen wir noch mehr von kriegen. Wie du befehlst, Meister. Hilfe, bitte! Ergreife den Landbewohner! Du musst sie aufhalten, bevor sie die ganze Stadt... Habe ich jetzt nichts für bekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Yay! Fastsklafter Bewohner. Ey, der hier auch. Achso, ich habe gedacht, die nehmen sonst nur dicke. Ja, die anderen waren halt dicke. Befreier-Bla-Bla-Bla müssen wir noch... Paar. Yay! Hier, Tigerhai. Bremst. Okay, der wird jetzt schon befreit. Oh, Samt-Tiger. Gibt es auch den Frucht-Tiger? Haha. Okay. Erstmal das Trinket. Und jetzt... Bämst. Bämst. Und nochmal. Bämst. Und nochmal. Bämst. Ich brauche nur eine Attacke. Ich regle das alles so. Ja, kein Problem. Ich bin da. Machen wir alles schon. Ja, manchmal hat der halt auch Probleme. Weißt du, der ist... Manchmal... Da drehen die Leute einfach durch. Da machst du nichts. Ja. Und ich den Ritter an der Tafelrunde. Ach, schade. Ich hab gehofft, wir können... Aber dann treffe ich den anderen nicht mehr, oder? Ach, ich hab ja gedacht, vielleicht würde ich beide kriegen können. So, hier ist mal die Granate. Ich kann nicht atmen. So, haben wir das auch. Jetzt da drüben, die Stein. Das ist eine uralte magische Zivilisation, die uns Landbewohner immer verhöhnt haben. Allerdings haben sie noch nie angegriffen. Ja, da weiß man auch nicht... Oh, das vorne ist... Ich sitze in der Falle! Hilfe! Ja, keine Panik. Ich helfe dir. Oh nein! Ich sitze in der Falle! Hilfe! Nein, nein, nein. Ist alles okay. Kannst weg. Vielen Dank für die Rettung. So. Boah, den nehm ich mit. Das ist mein neues Spielzeug. Pass mal auf. Ey, warum ist man... Mein brennender Container-Auswerk, verdammtes Sheet. Den wollte ich doch gerade schmeißen. Jemandem auf den Kopf werfen. Ja, dann nehm ich halt hier so ein Auto. Nehmen wir mal so ein Familienauto. Ich glaub, der ist ganz gut. Wo stellen wir uns denn dafür am besten mal hin? Hier so. Guck mal hier! Und jetzt geht er da ab. Pass auf. So. Und so. Ist ja auch... Wagen jetzt kaputt gegangen. Ne. Ich will ja trotzdem... Ey, ihr! Ah, nein, verdammt! Nö! So. Machen wir das Ganze so. Und jetzt werfen wir noch eine Granate. Dann könnt ihr alle hierhin kommen. Und dann machen wir... Ne, noch... Und dann... Oh, da hab ich mich vielleicht ein bisschen übernommen. Jo, das waren zu viele. Waren jetzt sechs Stück oder so. Ja, drei sind noch über. Hm. Okay. Wissen wir fürs nächste Mal. Ganz so machen wir das dann halt nicht mehr. Was ist das? Halten. Weiß man nicht. Ähm. Einen Moment. Ja. Hau ab. So. Da bin ich wieder. War kurz weg. Hat bestimmt keiner gemerkt. Warum ist hier... Ist hier nicht normalerweise irgendwie... Was angeschlagen? Irgendjemand. Nicht? Der sein kann. Gibt's hier irgendwas zu holen? Steht doch nicht umsonst hier, oder? Hier muss doch bestimmt irgendwas sein. Gar nichts? Schade. Wirklich, wirklich schade. Der ist aber ein schöner Wagen. Den will ich haben. So. Wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Ja, ich muss den Typen hier mitnehmen, weil der hat, äh, seine Strafzettel nicht bezahlt. Und, äh, ja, an dem müssen wir halt ein Exempel statuieren, ne? Ups. Ich sag mal, das macht der nicht nochmal. Auto zerstört. Boah, wo, wo, wo? Wie weit bin ich denn davon entfernt, ey? Ach, da bin ich jetzt. Okay, also allzu weit war es doch nicht. So, aber ein paar von den gezeigten Mopeds brauchen wir noch. Für die Odds, wie du befiehlst, Meister. Für den König. Für den König. Es gibt kein Entkommen, Landbewohner. Na, das werden wir gleich sehen. So, Granate. Dann den. Und dann den. Oh, 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 oh. Das will ich aber nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Hört ja auf damit. Ihr seid alle so. Ich mache euch alle. So. Gibt es nochmal so kräftig ein. Und dann hier. Und dann nochmal zwei Quests auf einmal abgeschlossen. Ich kann nicht atmen. Ich hatte Angst, ich würde für immer fast klappt sein. So, die retten wir nochmal. Weil ich das einfach gehört. Und jetzt auf in die Lüfte. Damit wir nicht angegriffen werden. Und jetzt erstmal hier die Quests abgegeben. Gut. Was? Rette durch Neste Zivilisten. Die Atlanter teleportieren sich mit magischen Gezeitenbecken weiter in die Suicide Slums. Erledige ihre Verstärkung und stelle ihre entführten Opfer wieder her. Bevor die Gezeiten sie an sich reißen. Äh. Sieht nicht so toll aus, oder? Da mag ich den hier lieber. So, Gezeitenbecken, bla bla, irgendwas. Okay, machen wir das. Da lang. Ist da, wo wir gerade eben wahrscheinlich waren. Und jetzt wirklich euers hin müssen. Wir brauchen gar nicht mehr so viel. Das sehe ich gerade unten in der Leiste. Dass wir endlich Level 26 werden. Wir sind eigentlich gar nicht mehr weit weg von Level 30. Und lasst uns doch mal eben im Inventar. Kann man ja bei Währung gucken. Währung haben wir schon 65. Erfolgsabzeichen. Das ist echt mega viel. Atlantis-Armee kann immer versklavte Landbewohner gebrauchen. So. Also. Also. Retten wir jetzt dann mal eben. Oh, Junge. Ey. Du bist echt dieser... Tiger. Ei. Ist nervig. So. Bleiben wir am besten mal auf dem Boden der Tatsachen hier. Also laufen hier so ein bisschen rum. Ich muss immer unbedingt mich umgucken. Also das ist fast wie so eine Krankheit. Dass ich immer sehen will. Deine Einmischung wird uns nicht aufhalten. Ob da irgendwo noch Secrets sind. Aber König Arthur, also der Aquaman. Ist doch gar nicht böse. Was ist denn da bitte passiert? Dieser Landsbewohner will sich wohl für die Transformation. Ihr werdet bald alle Sklaven sein. Na, lasst doch mal bleiben jetzt. Hier. Kannst den haben. Wenn das Ritual beendet ist, werden die Geräte steigen und das Land vertegen. Ja, die... Ich hätte gerne die Faustangriffe. Also die sollten schon ein bisschen stärker sein. Oder ich brauche mega viel mehr von diesem, ja, Mana, Energie. Damit ich einfach, äh, ja, mehr von den Fähigkeiten vertreten kann. Wobei die sind auch alle ziemlich kraftvoll, die Attacken, ne, die wir da jetzt haben. Wäre, glaube ich, auch ein bisschen fast schon in Richtung unfair, wenn ich die durchgehend spammen könnte. Ich will mich eigentlich mit den Typen da drüben anlegen, weil ich das Level noch erreichen möchte, eigentlich noch gerne erreichen würde. Bevor wir die Mission abschließen. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Man kann das Ding hier fast eigentlich, also diese Mission eigentlich schaffen, ohne hier gegen die Typen zu kämpfen. Du wirst vernichtet, ebenso wie die anderen Landbewohner. Muss man einfach halt die ganze Zeit draußen rumlaufen. So, fünf Stück davon noch. Ich glaube, wir wollen nochmal ein Stück weiter rein. Tigerhai, ja, den mag ich jetzt nicht unbedingt noch einen, aber der sieht mich wahrscheinlich jetzt gleich. Dann wird der, ne, doch nicht. Gut. Hier, da ist noch sowas. Na, was ist denn mit dir? Fischmarco. Ich habe keine Ahnung, was das Ding hier ist. Was ist das? Ich kann irgendwas mitmachen. Ne. Aber ich kann den hier kaputt hauen. Das geht. Typen kaputt hauen. So. So. So.